Kanal, da war ja letztens was, also letzten Montag mit Kapkan bei der Druckertreppe auf Erdgeschossebene. Da hat er ja keinen Kopfschuss bekommen, obwohl es einer war, zumindest optisch. Aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Rüber, schön, doc. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Keller. Da ist Aromi. Jetzt zieht sich da was an. Oh Gott. Westenmann und zwei Fragezeichen. Meistrottens auch noch. Zehn Sekunden bis Einsatz. Fünf Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Fluggefahrgut-Behälter und diesen sichern. Fünf Sekunden bis zum Fluggefahrgut. Oh, kein Westenmann oder Meister. Hoppala. Lade nach! Au. Au. Ja, wie denn? Will dich wieder jemand mit Kontaktgranaten umbringen? Mann, warum ist das? Alle wieder irgendwo oben am Arsch, ey. Wurs. Wie kriegt ihr mich denn da? Hat der aber auf Glück hingeschossen? Das war eine coole Karte. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Eigener Trupp neutralisiert. reassert. All right. Untertitelung des ZDF, 2020 Klingt wie Besprechungsraum Bestmann haben sie diesmal aber wirklich Bist du kurz durch die Decke gefallen? Oder gegengesprungen, oder? Zehn Sekunden bis zum Einsatz Mini-Sprung Das Dach kommst du ja in der Vorbeidungsphase noch nicht Ich habe eine EMP-Granate geworfen Nachladen, brauche Feuerschutz Ich habe eine EMP-Granate geworfen Ich habe eine EMP-Granate geworfen Ich habe eine EMP-Granate geworfen Mein Gott, wie denn? Jetzt kommt er hier weg Kacke Oh, kam aber ganz schön knapp nicht rein Nichts, ich zeige dich Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Hallo Drohne. Ah, das ist die Mine, ja? Alle drei Daten zu. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Und Twitch-Maverick auch so. Lade nach. Setze Willkommens-Matte 1. Widerhalt gelegt. Sicherheitsabstand. Renserkranat unterwegs. Jetzt können Sie kommen. Tür im Auge bei. Lade nur, ihr Programmatis! Tür im Auge. Tür im Auge. Tür im Auge. Hier ist ein Problem. Tür im Auge. Tür im Auge. Tür im Auge. Hallo Oza. Dein Kopf ist ja da. Hahaha. Was war das denn? Drohne zerstört Füße auch noch Nochmal Ladung Nur noch ein Gegner übrig Ich lade nach Barriere platziert, wir sind abgesichert Drinnen, wo ich es fliege Alle Gegner eliminiert Drinnen 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 Da stand Kartenraum, ich Depp, wir haben ja da gerade gewonnen, naja, zu dem ja nicht näher auffallen kann Die Gegner haben den Geo-Gefahrgutbehälter lokalisiert Ah, Lukas Was verstärkt Es bleiben noch 10 Sekunden Es bleiben 5 Sekunden Was verstärkt, wir haben den Geo-Gefahrgutbehälter lokalisiert Nicht in den Explosionsradius kommen Hammer, Mann, Hammer Schild steht Leger Willkommensmasse aus Kleid scharf gemacht, Türen im Augenblick Lade neues Magazin Ja Ja Ich muss nachladen Fuse und Nur noch ein Gegner übrig Renn doch nicht da rein Ne, Bini, ich stand daneben Der Hammermann ist da rein Was? Das kann doch wieder nicht sein, ey Bini 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 Gegner eliminiert Missionserfolg Für eigener Druck Bini Bini Der hat aber nicht mehr viel Haha Er hätte gar nichts mehr haben dürfen dumpb En Memmi Wieder Woh 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 Az Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ja, die haben noch die Mina. Habe sie. Gleich haben sie auch noch. Ist die letzte. Frau Frost war das nicht. Das war die Error. Okay. Nur noch ein Gegner übrig. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Sicherung des Raumes einstellen. Hinten sie am Bett. Im großen Fenster. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Nur noch einer vom eigenen... Den Bio-Gefahrgutbehälter sichern. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Die Bedrohung. 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 Den Standort des Bio-Befahrgutbehälters finden. Noch mal oben. Nee. Nee, rennt bloß zu Luca. Okay. Okay, schon Luca. Geh ja schon im Eck hoch. Mann, wieso markiert der den denn nicht, Alter? Wie auf groß ist denn auch X drücken, ey? Oh Gott, so ein Ziel. Ich bin hier. Wetter! Lademagazin! Ja, ich bin da. Lesion ist der letzte. Hab ich doch gesagt, Alter. Machst du dir nicht zu? Besser nicht. Ich habe nichts mehr. Genau. Sicherung des Behälters, Schütze. Sicherung des Behälters beenden. Eine Zugangssperre weniger. Oh, Gang, Lesion. Ich kann doch noch. Ist tot. Ich kann doch noch. Ich kann doch noch. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Nicht-Könner. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Zehn Sekunden bis Einsatz. Fünf Sekunden bis Einsatz. Viel Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Äh, ups. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Sicherung des Raumes einstellen. Drohne bereit. Drohne bereit. Drohne bereit. Drohne. Spritzen. Spritzen. Mal das letzte. Was haben wir denn hier? Ja. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was soll vården? Was soll ich denn hier Minuten sehen? Was ist in der Stelle? Was ist in der Schule? Was soll das? Was ist in der Lage? Was ist in der Schule? Mal sehen, was sich im Dunkeln versteckt. Lade Magazin nach! Oh, Waden, komm, lass. Ah, hinten, Doppelstockbetten, ist Frau Frust. Einer vom eigener Trupp verbleibt. Ein Gegner verbleibt. Mit Sicherung des Behälters vortragen, 15 Sekunden. Was? Na, schau. Geht das eigentlich an? Es wird ja auch nicht mehr viel, wenn die Anzeigen stimmt. 6, 4, 1, 6, 4, 1. Die kannst du auf workout machen. Seine gehören. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lade-Magazin! Wie sind wir denn immer noch zufrieden? Ja, ist doch egal, ob es zufrieden ist. Ne, eben nicht. Wo sind denn die Geräusche hier? Schöne die hier. 30 Sekunden. Ach, jetzt kommt wieder einer von hinten, ey. Ja, beim Spawnen. Aber bei der gleichen schon wieder. Mensch, Ubisoft, ey. Das war fies. Ja, na, nicht immer noch mit einem Lade-Spawn. Genau, wieder bei uns. Das war's nicht. Leider keine Zeit mehr. Also ja, natürlich weiterhin dieses Vor-Leuten-Spawn oder andersherum. Zwitscht eine Schnurrbart. Hä? Das ist vor irgendjemandem Spawn. Das ist einfach total Banane. Und jetzt auch noch. Das war ja sonst immer kein Problem bei diesem Modus. Das war ja sonst immer ganz gut. Einer raus, dann gleich wieder einer rein. Mann, 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 Ubisoft. Hätte uns vorhin vielleicht auch den Sieg gebracht, wer weiß. Naja, hätte wäre wenn. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.